Gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Breuer setzen wir als SPD uns dafür ein, die Landesgartenschau nach Neuss zu holen. Zusammen mit unseren Kooperationspartnern haben wir daher auch im Stadtrat beschlossen, dass die Stadt Neuss sich für die Landesgartenschau bewerben darf. Im Rathaus wird daher gerade mit Hochdruck an der Bewerbung gearbeitet. Hierzu hat es jetzt auch schon eine erste Bürgerinformationsveranstaltung gegeben, bei der erste Vorschläge für eine Realisierung vorgestellt wurden. Dazu gehört auch, dass das Gelände rund um den Rennbahnpark zukünftig als Herzstück einer Landesgartenschau fungieren könnte. Uns ist aber wichtig, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger hier auch beteiligt werden. Bis zum 6. Juni haben Sie daher noch die Möglichkeit, über die Homepage der Stadt Neuss Ihre Vorschläge und Ideen einzureichen. Und wir möchten Sie wirklich ermutigen, bringen Sie sich ein. Denn die Landesgartenschau ist nicht nur eine hervorragende Chance für unsere Stadt, Sie ist auch eine großartige Möglichkeit für eine nachhaltige und ökologische Stadtentwicklung.